Moin, moin, meine lieben Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Fabi, und ich hab's endlich getan, nachdem ich schon mehrfach in Kommentaren gefragt wurde, wann ich denn endlich mal ein Video dazu bringe. Ich muss das aufgrund zeitlicher Umstände immer wieder vor mir herschieben, aber ich hab's jetzt endlich getan. Und zwar, ich hab mir Bezart auf das Asus ROG Li gepackt und auch dementsprechend einmal aus Lenovo Legion Go hab ich's mir draufgepackt. So, jetzt hab ich schon fast ein Spiel nebenbei gestartet. So, jetzt könnte sich der eine oder andere fragen, wieso besser? Im Titel steht doch was für ein SteamOS. Ja, ganz ehrlich, ich schreibe hier SteamOS, das tun andere YouTuber auch, um dementsprechend mal ein paar Klicks zu ködern. Und dann darf ich das auch mal, weil letzten Endes, wenn wir mal ehrlich sind, wer seid, wenn man das hier mal in die Hand drückt, es sieht aus wie SteamOS, es fühlt sich an wie SteamOS. Also von daher kann man da wirklich durchaus von reden, das ist SteamOS für Windows-Handels. So, und ich hab da jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, bin wirklich sehr, sehr beeindruckt gewesen bisher und wie das Ganze läuft auf den beiden Geräten. Meine Erfahrungen, meine Tipps, wie man das Ganze auch installiert und vieles mehr, das werden wir heute mal gemeinsam uns anschauen. Ja, ihr seid, ich hab's ja schon mal auf dem Steam Deck installiert, beziehungsweise es läuft auf einen von meinen drei Steam Decks, läuft es nach wie vor auf einem Steam Deck LCD und jetzt hab ich's auch mal dementsprechend auf den beiden Windows-Handels installiert, die mir zur Verfügung stehen. Hierbei muss ich sagen, beim ASUS AOGLI hab ich wirklich komplett Windows mal plattgemacht, also nur Bessheit, um mal zu schauen, wie es ist, wenn ich wirklich nur ein reines Linux-Device habe, was eigentlich, ja, auf Windows-Basis laufen sollte. Dazu später mehr zu meiner Erfahrung. Und das Lenovo Legion Go, das hab ich wirklich dementsprechend, oder sagen wir mal so, ich betreibe das Ganze in Dual-Boot. Und das heißt nämlich dementsprechend, ich habe hier meine Windows-Installation unberührt gelassen und dazu Bessheit als zweite Boot-Option mit installiert. Wie das Ganze funktioniert, gehe ich gleich im Detail drauf ein. Ja, meine Erfahrung muss ich sagen, es läuft besser als erwartet. Also beim ASUS AOGLI musste man noch am wenigsten einrichten, im Nachgang, nach der Installation von Bessheit. Man musste noch mal ein, zwei Sachen nachinstallieren, zusätzlich, aber das geht super easy über die Konsole mit Copy- und Paste-Befehlen. Das seht ihr später im Tutorial-Part. Ansonsten bin ich echt, echt beeindruckt, wie das Feeling jetzt ist. Es fühlt sich an wie ein hochgetuntes Steam Deck. Klar, die Akkulaufzeiten werden auch nicht wirklich besser, weil der Akku ist nicht mehr geworden. Ja, und auch die Leistung wird ja nicht verringert. Also wir haben jetzt nicht weniger Akkuverbrauch, mehr Framing, nur weil ein anderes OS da ist. Gefühlt manchmal ja, aber das kommt auch mal ein bisschen auf den Titel an. Und ansonsten muss ich sagen, es funktioniert einfach alles einwandfrei. Die Buttons funktionieren super. Ich kann dementsprechend die TDP einschränken. Geht alles super mit den Plugins, die man dann auch nachinstallieren muss. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Also ich kann nur wirklich sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt von der ganzen Leistung hier auf dem ASUS AOGLI. Ich habe jetzt seit mehreren Tagen im Probebetrieb viele Spiele angespielt, gespielt. Und ich kann nur sagen, das läuft wirklich hervorragend. Also ich könnte mir fast schon vorstellen, das Ganze dauerhaft nur auf BESA drauf zu lassen. Aber ich werde langfristig auch beim ASUS AOGLI es als Dual Boot System betreiben, weil ich finde das dann doch noch angenehmer, mal zu schauen, was noch ASUS hinsichtlich irgendwelchen Updates, zum Beispiel bei ihrer Software, macht wie Armour Recruit, um das Ganze noch mitverfolgen zu können. Ja, und beim Lenovo Legion Go, auch da war ich zutiefst beeindruckt, nachdem ich BESAID installiert hatte, weil ich hatte so ein bisschen auch die Befürchtung mit den abnehmbaren Controller, dass es da Probleme geben kann. Aber Pustekuchen. Auch hier noch dementsprechend ein paar Decky-Plugins nachinstallieren müssen. Wie gesagt, das seht ihr alles später. Aber auch die Controller, sie lassen sich abnehmen, sie werden sofort erkannt, es läuft einwand-einwandfrei. Auch die Spiele, die Steuerung, es ist ein Traum, wie BESAID auf diesen Geräten läuft. Und das ist ja wirklich jetzt das Schöne, dass man das aus beiden Welten verbinden kann. Die einfache Zugänglichkeit eines SteamOS-BESAID und natürlich noch die Option zu haben, Spiele, die vielleicht gar nicht unter SteamOS oder Linux laufen, zum Beispiel wegen Antisheet, dann noch auf der Windows-Partition spielen zu können oder auch Spiele, die ein bisschen leistungshongriger sind, wo man noch ein paar Frames rausquetschen will. Es gibt aber keine vernünftige FSR-Implementierung oder derartiges in den Spielen. Ja, dann unter Windows, zum Beispiel mit Lossless Scaling, das Ganze starten. Dazu habe ich ja auch ein sehr interessantes Video gemacht. Ja, und auch bei Lenovo Legion Go. Die DDPs lassen sich einstellen. Ich kann sogar da ohne Probleme die Beleuchtung der Ringe um die Analog-Sticks einstellen. Das ist einfach alles grandios. Und das Beste ist halt nach wie vor bei beiden Geräten. Das war ja unter Windows immer so ein Riesenproblem. Und das war ja immer so ein Killer-Feature, auch für mich und viele andere bei euch ja auch, die Suspense-Funktion. Also, dass ich jederzeit ein Spiel pausieren kann, Power-Button drücken, Gerät hinlegen, Stunden, Tage später, Ja gut, ein bisschen Akku-Leistung geht natürlich flöten. Also, kann immer passieren, dass das Akku leer läuft, aber ihr wisst auch, wie genau zu. Dann wieder einschalten und da spielen, wo man weitergespielt hat. Das war ja unter Windows immer ein bisschen kritisch. Und das funktioniert hier unter Bezart auch echt einwandfrei. Also, da läuft das wirklich gut. Bei Bezart auf dem Lenovo Legion Go ist es am Anfang ein bisschen fummlinger, weil der Bildschirm ist nicht richtig eingestellt, aber das erkläre ich auch gleich noch. Aber das ist zwei, drei Klicks dann während der Einrichtung und schon ist auch das Display wieder perfekt eingerichtet. Und wie gesagt, ich drücke hier immer das Spiel, was ich nicht starten will, aber es ist einfach ein Traum, ein Steam OS quasi auf der Displaygröße zu haben, was echt super läuft. Also, ich habe jetzt hier einfach mal aufgerufen, klar, man könnte sagen, ja gut, Steam Big Picture Modus sieht auch nicht anders aus unter Windows, ja. Aber auch hier der Desktop Modus, es fühlt sich an wie unter Steam OS und es startet halt alles einfach frei. Man hat nicht diese Windows-Frickelei und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, es ist einfach grandios, wie das Ganze läuft. Und wie gesagt, die Spiele-Performances bei beiden, es hält sich die, es ist ungefähr gleich wie bei Windows. Also, vielleicht hat man einen oder anderen Frame mehr, aber auch nichts, was einen merklichen Zugewinn bringen will. Aber wie gesagt, die Zugänglichkeit einschalten und direkt ins Steam OS aufstarten, ohne Probleme. Und ihr kriegt hier auch generell alle Steam Client Updates und so weiter. Das ist alles kein Problem. Also, ich kann euch nur empfehlen, probiert es mal aus. Bessert auf euren Lenovo Legion Go oder Asus ROG Ally. Das kann man eigentlich relativ risikofrei ausprobieren. Dual Boot ist eigentlich schnell eingerichtet. Und wenn ihr es nicht mehr wollt, dann lässt sich ganz einfach die Linux-Partition über Windows dann wieder löschen. Das erkläre ich später. Aber es sollte wirklich mal ausgetestet werden. Und wenn ihr wirklich nur Bessert drauf haben wollt, dann empfehle ich euch, macht vorher ein Backup. Zum Beispiel über Clonezilla oder was ich diesmal verwendet habe, ist Rescuezilla, weil da braucht ihr nicht zwingend eine Maus- und Tastatur an den Geräten. Da könnt ihr das Ganze schön über Touch dann sichern. Was ihr nur braucht, ist natürlich im Idealfall ein Dock, ein USB-Stick, um Rescuezilla-Clonezilla bootfähig zu machen und dann zu starten. Und natürlich einen externen Speicher, wo ihr dann eure Sicherung dann auch sichern könnt. Wie Clonezilla prinzipiell funktioniert, das habe ich ja auch mal in einem Video gezeigt. Beziehungsweise sonst notfalls findet ihr das Video in der Videobeschreibung, weil ich kann ja nur so und so viele Infokarten pro Video aufrufen und ich weiß nicht, wie viele es noch werden und welche wirklich relevant sind. Deswegen sage ich das gleich. Ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall auch das Video, wie man mit Clonezilla sein Gerät sichert. Also wie gesagt, probiert es aus. Wie gesagt, erwartet euch nicht zwingend mehr Akkulaufzeit im Gegensatz zur Windows-Version auf den jeweiligen Geräten. Aber das Feeling ist einfach grandios mit diesem System. Und dann gehen wir jetzt mal so langsam im Tutorial-Bereich rein. Ich erkläre prinzipiell die Installation jetzt mal anhand der Dual-Boot-Variante. Für Asus AOEG-Li bräuchtet ihr eigentlich euch nur anschauen, wie ich das Ganze auf dem Steam Deck installiert habe, weil der Prozess ist prinzipiell dasselbe. Ihr zieht euch einmal Bezart runter in der entsprechenden ISO von Bezart.gg, packt das auf dem USB-Stick, startet euer Asus AOEG-Li ins BIOS, wählt den USB-Stick aus zum Starten und dann könnt ihr einfach eure bestehende Windows-Partition überschreiben. Wie gesagt, solltet ihr vorher sichern. Und danach, bei der Einrichtung, was da beim Asus AOEG-Li beachtet werden sollte, darauf gehe ich dann in entsprechender Stelle später auch drauf ein, wenn wir bei den Novo Legion Go. dort gelandet sind. Also wie gesagt, das Asus AOEG-Li könnt ihr prinzipiell so einrichten, wie wenn ihr Steam Deck mit dem Bezart verseht. Und wie gesagt, das Video, das könnt ihr euch ja nochmal bei mir anschauen. Ja, was braucht ihr letzten Endes dafür? Einmal braucht ihr einen USB-Stick, um halt Bezart gutfähig auf den Stick zu packen und auf jeden Fall, auf jeden Fall versucht es gar nicht erst ohne. Ein USB-Hub oder eine Dockingstation und eine Tastatur und Maus. Im Idealfall natürlich kabelgebunden, es funktioniert, bei mir hat es funktioniert, aber man muss mal wieder treibermäßig drauf achten, aber eigentlich sind das ja auch nur Standardtreiber heutzutage. Aber ich sage, benutzt im Zweifel lieber kabelgebunden, eine Tastatur und Maus dann an der Dockingstation. Und ein Ethernet-Anschluss an der Dockingstation wäre notfalls auch noch empfehlenswert, ist aber eigentlich auch nicht zwingend, weil ihr dann eigentlich auch während der Installation WLAN einrichten könnt. Aber über Ethernet geht es natürlich ein bisschen schneller. Also wie gesagt, eine Maus und Tastatur über einen Kabelempfänger kann funktionieren, muss aber nicht funktioniert, wie gesagt, im Regelfall aber. Bluetooth könnt ihr während der Einrichtung knicken, das könnt ihr nicht verbinden. Also eine Bluetooth-Maus oder Tastatur, das braucht ihr gar nicht erst versuchen. Also liebe Freunde, dann legen wir doch jetzt mal los mit der Einrichtung von Bezart, neben Windows, als Dual-Boot-Option auf den Lenovo Legion Go. An dieser Stelle will ich nochmal unbedingt betonen, ihr findet alle wichtigen Links auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn ich sage, schaut Link in der Videobeschreibung, da findet ihr alles. Ja, im ersten Schritt solltet ihr auf euren Lenovo Legion Go einmal das Tool EM Magic Partition Resizer Free runterladen unter resizer-c.com. Das Ganze ist kostenlos, einmal downloaden und installieren und dann können wir dementsprechend die Windows-Pattition, die müssen wir nämlich etwas verkleinern, weil wir brauchen ja Platz für Bezart. Ja, und nachdem ihr das Tool gestartet habt, müsst ihr einmal die Partition von Windows dementsprechend etwas verkleinern, weil wir brauchen ja den Platz für SteamOS-Bezart und ich würde empfehlen, nehmt je nachdem knapp die Hälfte, also Windows braucht ja ein bisschen mehr Platz, schon allein für das Betriebssystem, als Bezart, aber ich würde sagen, damit noch Platz ist für zwei, drei große Spiele, solltet ihr das Ganze so roundabout um die 250 Gigabyte festlegen. Ihr könnt das hier, ich habe es hier gemacht, jetzt über die direkte Eingabe der MB-Größe, ihr könnt aber auch dementsprechend das über diesen kleinen Schieberegler, den grünen, einstellen. Wenn ihr das Ganze eingestellt habt, dann drückt ihr OK, dann wird das Ganze gesperrt, dann rechts unten müsst ihr einmal auf die Änderung übernehmen klicken und dann wird das Ganze auch einmal abgeändert nach dem Neustart des Systems, das wird dann beim Neustart des Systems wird das Ganze dann geändert, also die Größe eingestellt. Nach Neustart des Systems geht ihr einmal über euren Internetbrowser auf weather.gg und dort unter Downloads wählt ihr euren Handheld aus, also zum Beispiel Asus, ROG, Li oder Lenovo Legion Go und die entsprechende Desktop-Umgebung müsst ihr noch auswählen. Ich würde KDE empfehlen, das gibt das reine SteamOS-Feeling und dann einmal dieses Image downloaden, das kann ein Weilchen dauern, sind knappe 6 Gigabyte, deswegen braucht ihr auch für den nächsten Schritt Minimum, sage ich mal, ein 8 Gigabyte Stick, während das downloadet einmal schon mal Marlina Etcher runterladen, das Flashing-Tool, was wir hier brauchen, um dann, wenn alles gedownloadet ist, einmal über dieses Tool euren Stick auswählen, das entsprechende ISO-Image von Bersite, das Ganze einmal auf den Stick flashen, dann haben wir den Schritt an dieser Stelle schon mal geschafft. Und wenn das Ganze geschehen ist, einmal euer Gerät komplett herunterfahren und im BIOS neu starten, ja, BIOS neu starten, sowohl beim Lenovo Legion Go als auch den ASUS AEG Li, funktioniert auf dieselbe Art und Weise. Einmal den Volume-Plus-Button gedrückt halten, dann den Power-Button drücken und haltet den Volume-Button am besten so lange gedrückt, bis ihr ins BIOS kommt. Und bei beiden Geräten ist es ganz wichtig, dass ihr Secure Boot in den BIOS-Einstellungen deaktiviert. Secure Boot ist ein Sicherheitsfeature, was eigentlich von Windows 11 benötigt wird. Man kann das Ganze eigentlich theoretisch auch mit Secure Boot installieren, da muss man aber im Nachgang noch einen Key enrollen. Damit habe ich mich nicht beschäftigt und es ist nicht zwingend notwendig. Deswegen deaktiviert Secure Boot in den BIOS-Einstellungen sowohl beim Lenovo Legion Go als auch beim ASUS AEG Li. Das ist essentiell, wie gesagt. Im BIOS beim Lenovo Legion Go müsst ihr einmal unter Configuration rein und dort müsst ihr die Select Terminal Policy auf Stamp stellen, damit wir später auch die TDP dementsprechend über ein Plugin jederzeit ändern können. Und dann könnt ihr einfach mal das speichert ihr, beendet das Ganze und dann nochmal ins BIOS auf jeden Fall hinein und dann unter dem Bootmenü wählt ihr euren USB-Stick aus mit dem Bezart-Image. An dieser Stelle ist wichtig, dass ihr euer Bezart-Image auf dem USB-Stick zusammen in den USB-C habt oder in der Docking-Station und Tastatur und Maus mit euren Lenovo Legion Go verbunden habt und startet dort in die Installation von Bezart hinein. Ja, hier in dem Fenster einfach mal warten. Ihr könnt auch Enter drücken, ansonsten einfach ein paar Sekunden warten und dann läuft das Ganze auch schon los. Hier laufen dann dementsprechend konsolenartig ein paar Befehle durch. Einfach abwarten, bis ihr zum Bezart-Setup-Screen kommt. Ja, hier dürft ihr euch nicht wundern, dass alles im Hochformat abläuft, aber das Ganze switcht gleich dementsprechend in den richtigen Format hinüber. So, dort ein Screen angekommen, da könnt ihr euch dementsprechend einmal die Sprache auswählen, damit sie sich natürlicherweise einfach Deutsch an. Das ist auch schon vorausgewählt und jetzt geht es nochmal darum, dass ihr zum Beispiel Sachen festlegt wie einen User und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gebt hier einen User an plus Passwort. Das Passwort müsst ihr nicht bei jedem Neustart oder so, wie man es von Windows kennt, eingeben. Es geht nur darum, dass ihr die WUT-Rechte habt, also Sudo-Rechte unter Linux. Also keine Angst, ihr braucht nicht bei jedem Neustart unter Bessert euch anmelden. Ja, und dann könnt ihr dementsprechend auch nochmal eure Internetverbindung angeben. Also ich habe jetzt hier auch nochmal dementsprechend einfach meinen WLAN eingerichtet. Ist nicht zwingend erforderlich, aber ich habe es einfach mal gemacht, weil im Zweifel habt ihr halt keine Ethernet-Verbindung über eure Locking Station oder über euer USB-C habt. So habt ihr wenigstens noch die Möglichkeit, während der Installation auf WLAN zurückzugreifen. Ja, und der nächste Schritt, der ist sehr, sehr essentiell. Hier müsst ihr einmal eure Festplatte auswählen, dann die erweiterten Optionen auswählen und weil wir müssen nämlich hier ein paar Partitionen manuell erstellen und das ist ganz wichtig. Den Link in der Videobeschreibung habe ich euch auch nochmal reingepackt, denn hier wählt ihr einmal den Free Space aus und macht anhand dieser Tabelle, wie ihr jetzt hier auch im Video seht, dementsprechend erstellt ihr die einzelnen Partitionen mit den Mount Points, mit der Dateigröße und auch den richtigen Dateisystemen. Das ist ganz, ganz wichtig, also schaut euch das hier ganz genau an. Ja, und als erstes wählt ihr oben den Free Space aus und bei den Devices da dementsprechend einmal das Plus-Symbol und dann könnt ihr dort die EFI-Systempartitionen anlegen, so wie auch unten beschrieben. Achtet auf jeden Fall immer auf die richtige Größenangabe, also MB oder Gigabyte, in dem Falle sind es 300 MB, die wir anlegen müssen. Und dann tippt ihr den Mount Point ein und dann haben wir hier dementsprechend einmal Slashboot EFI. Und wie ihr hier seht, habe ich mich mal hier vertippt. Das kann man zwar im Nachgang korrigieren, aber das System meckert sonst auch im Zweifel. Also achtet immer genau auf die richtige Schreibweise, dass es wie in dem Fall hier EFI sein muss. Das am besten gleich beachten, dann habt ihr im Nachgang keine Probleme mehr damit. Ja, und dann wieder übers Plus-Symbol widmen wir uns der nächsten Partition, auch wieder vorher den Free Space auswählen und dort müssen wir den Mount Point Boot festlegen. Im Fallsystem Ext 4 Gigabyte müssen wir auswählen, eine Größe von 1 Gigabyte auswählen und den Mount Point Boot eintippen und dann mit OK wieder bestätigen. Ja, und wieder Free Space auswählen Plus-Symbol klicken und wir widmen uns den nächsten Mount Point und das ist die Hauptpartition. Das wird eure Systempartition, wo ihr auch Spiele installiert, das heißt, dort die maximale Größe auswählen, die möglich ist in Gigabyte. Ihr müsst nicht zwingend ein Label natürlich eingeben, das gilt für alle, würde ich sogar drauf verzichten. Hier das Dateisystem BTRFS auswählen und da braucht ihr keinen Mount Point, weil den Mount Point, den machen wir jetzt im nächsten Schritt. Wie ihr links oben sehen könnt, ist jetzt das neue Hauptvolume angelegt, das wählt ihr aus, klickt dort auf Plus-Symbol und jetzt den Mount Point einmal mit Slash bestätigen oder beziehungsweise Slash eingeben und dann mit OK bestätigen. So, nach dem Sub-Volume brauchen wir noch ein Sub-Volume und zwar mit dem Mount Point Slash VAR das auch einmal eintippen und mit OK bestätigen und widmen wir uns dem letzten Punkt wieder einmal Plus-Symbol und Mount Point Slash VAR Slash Home hier auch das Ganze mit OK bestätigen. So, das war's dann dementsprechend. Hier nochmal eine Übersicht, könnt ihr dann auch bestätigen, dann einmal rechts unten auf Fertigstellen klicken und dann müsst ihr mal so gute 15 bis 20 Minuten Zeit mitbringen, dass das Ganze installiert wird und denkt natürlich auch dran, dass euer Lenovo Legion Go oder Asus ROG Li mit Strom versorgt ist während der Zeit. Ja, und wenn die Installation durch ist, dann einmal rechts unten auf Fertigstellen klicken. Danach startet das Lenovo Legion Go oder das Asus ROG Li je nachdem nochmal komplett neu auf. Gott sei Dank direkt in Bezzard, das ist nämlich jetzt als oberste Wutpriorität eingestellt worden, automatisch und jetzt im folgenden Fenster, das dürft ihr euch zukünftig nie wieder begegnen, da müsst ihr einfach mal auswählen, Continue, Boot, Enter und weiter geht's und jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten Geduld mitbringen, während die Initialisierung von Bezzard läuft. Ja, und nach dem ersten Systemstart steht das System auf dem Kopf, das ist aber auch schnell korrigiert, einmal euer Legion Go in Zweifel einmal umdrehen beziehungsweise in die Systemeinstellung einmal hineingehen und dort unter Anzeigemonitor beim integrierten Bildschirm, den müsst ihr einmal umstellen, das heißt hier wählt ihr euren Bildschirm aus, ich ziehe mir jetzt gerade mal zurecht, die Skalierung würde ich nochmal auf 150% einstellen und hier manuelle Ausrichtung auswählen, da das Ganze einmal so einstellen, anwenden, dann beibehalten, müsst ihr natürlich auswählen, sonst bringt das Ganze wieder zurück und dann habt ihr das schon richtig eingestellt und es bleibt auch dauerhaft so Nun können wir mit der Einrichtung von Bezart fortfahren, dort Next klicken und hier würde ich gar nicht viel ändern, nur den Deckyloader, den auf jeden Fall mit installieren, ihr könnt natürlich auch noch Emodeck auswählen oder zig andere Tools, aber die Voreinstellungen, die passen hier eigentlich weitestgehend, deswegen wie gesagt, einmal Deckyloader und dann Install, das dauert ein bisschen, hier kommt nochmal diese klassische Passwortverwaltung für KDE, die könnt ihr auch wenn ihr wollt abschließen, das ist immer nur wichtig für den Passwortspeicher, das würde ich halt überspringen, hier ist mal kurz der Steam Fehler, keine Panik, das ist nur mal kurz aufgetaucht, man weiß nicht warum, so hier, ich lege mir einfach nochmal ein Passwort fest, das braucht ihr wie gesagt nicht irgendwie bei Aufstart oder so eingeben, ich will nur nicht, dass diese ganzen Sachen nochmal auftauchen und hier gibt ihr nochmal euer Sulu Passwort ein, was ihr bei der Installation ausgewählt habt, so wenn das durch ist, jetzt könnt ihr noch weitere Applikationen auswählen wenn ihr wollt, könnt ihr aber natürlich immer noch im Nachgang nochmal machen, ich wähle mir hier zum Beispiel nochmal Google Chrome als Browser aus, dann gucke ich nochmal nach ein paar kleinen Zusatztools, die man noch gebrauchen könnte, zum Beispiel habe ich immer ganz gerne nochmal den Fedora MediaWriter dabei oder auch VLC als Media Player, sollte immer mit dabei sein bei mir und bei Gaming wähle ich auch ganz gerne immer nochmal ein paar Tools aus so wie GeForce, Now Electron oder Lulisave Heroic Game Launcher sollte man eigentlich vielleicht auch mitnehmen also schaut da nochmal durch, was an Tools für euch in Frage kommt und dann könnt ihr hier auch einmal auf InStyle klicken das dauert dann auch wieder ein paar Minuten je nachdem wie viele Tools ihr ausgewählt habt so ihr könnt dann zum Beispiel auch nochmal ein Systemupdate machen wenn ihr wollt um sicher zu gehen dass das ganze System auf der letzten Stand ist, dazu einmal Systemupdate auswählen lassen und das könnt ihr dann einfach im Hintergrund ein bisschen laufen lassen so und während diese ganze Installation noch im Hintergrund läuft, halten wir fort mit der Einrichtung dazu einfach mal einen Browser eurer Wahl öffnen und starten und dort gehen wir dann dementsprechend einmal auf die Webseite den Link findet ihr in der Videobeschreibung und zwar brauchen wir von GitHub Legion Go Twix da müssen wir einmal drauf gehen und dann brauchen wir auch noch von Bezart die Einrichtungsseite die öffnen wir auch einmal Link findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung und da müssen wir uns nämlich ein bisschen Code raussuchen hier gehen wir dementsprechend unter Ressources bei Legion Go Twix das ist jetzt wichtig fürs Legion Go beim Asus ROG Ally ist es fast genauso dass wir nur beim Ally brauchen wir nur folgende Plugins nachinstallieren das seht ihr hier in den Schritten noch dann beschrieben Simple Decky DDP Handheld Demon und den CSS Loader also Legion Go WeMapper zum Beispiel brauchen wir beim Basis ROG Ally nicht wir starten dann erstmal mit der Bezart Seite und gehen dort bei Table of Contents auf Alternative Handhelds und dort brauchen wir einfach ein paar Befehle wie gesagt Decky Loader sollten wir in Zweifel schon mit installiert haben aber wir brauchen noch Simple Decky DDP da ist der Befehl den brauchen wir einmal kopieren und dann startet ihr nochmal ein Konsolenfenster beziehungsweise Terminalfenster und dort den Code einfach einmal einfügen und Enter drücken über eure Tastatur jetzt wird nochmal das Passwort abgefragt was ihr im Vorfeld eingerichtet habt das Sude Passwort das tippet ihr ein ihr seht natürlich nicht die Eingabe denkt da immer dran und wenn das installiert ist dann nehmen wir erstmal Enter Demon das brauchen wir nämlich auch noch das ja und im nächsten Schritt brauchen wir noch das RGB Decky weil das muss auch mit installiert sein damit das ganze einwandfrei läuft mit euren Legion Go öffnen und dort auf die Seite geht dort scrollt ihr dann dementsprechend runter in den Installationsbereich und dort einfach den Code einmal herauskopieren und auch in euer Terminal einfügen und ausführen und das geht manchmal schnell also das war es an dieser Stelle schon mal so und für den nächsten Schritt müssen wir den CSS Loader installieren aber das Ganze machen wir dann dementsprechend im Gaming Mode ja und dann ist auch irgendwann die Installation von Besserheit beziehungsweise die Einrichtung durch das dann einmal beenden jetzt würde ich euch empfehlen startet einmal Steam der wird jetzt noch mal ein bisschen was entpacken installieren aber danach solltet ihr einmal über den Steam Guard zum Beispiel also über den QR Code euch einmal schon mal einloggen das macht es im Gaming Mode dann ein bisschen komfortabler oder ihr könnt natürlich ganz klassisch euer Passwort und Kennwort verwenden je nachdem wie ihr es gerne hättet und wenn das auch geschehen ist wenn Steam eingerichtet ist beziehungsweise ihr eingeloggt seid eingerichtet haben wir es ja noch nicht ganz dann einmal Gerät neu starten damit wir direkt im Gaming Mode landen ja und nach dem Neustart kommt ihr in das klassische Steam Einrichtungsmenü wie man es auch kennt von Steam Deck und hier natürlich einmal nochmal eure Sprache auswählen die Zeitzone die ihr gerne hättet und ihr könnt natürlich auch nochmal eure WLAN Verbindung einrichten beziehungsweise euer WLAN Passwort eingeben und danach wird Steam sich nochmal neu installieren beziehungsweise updaten das kann auch nochmal gut und gerne 10 bis 15 Minuten dauern und danach startet es nochmal neu auf das Gerät und im Gaming Mode und dann sind wir schon ziemlich weit beziehungsweise fast fertig mit der Einrichtung nach dem Neustart des Systems einmal im Gaming Mode die ersten Schritte absolvieren und dann geht ihr einmal in den Decki Plug-In Store und sucht euch den CSS Loader raus und installiert das Ganze und jetzt müsst ihr noch einmal für den letzten Schritt zurück in den Desktop Modus wechseln und im Desktop Modus da geht ihr wieder auf die Seite mit den Legion Go Twix und unter Ressourcen dort einmal seht ihr bei Quick Install das ganze Legion Go Theme Install den Befehl müsst ihr auch einmal rüberkopieren in ein Terminal und ausführen und ebenso auch den Befehl darunter PS5 to Xbox Controller Groove Team wenn ihr die Button Bezeichnung anders haben wollt als PS5 Darstellung aber dazu gleich noch mehr und jetzt wechseln wir noch mal zurück in den Gaming Modus ein letztes Mal und schauen uns genau an was wir da einstellen müssen übrigens diese Schritte hier müsst ihr nicht fürs Asus AOE GLI machen es gibt natürlich auch ein Asus AOE GLI Team und dementsprechend könnt ihr auch hier die Controller Groove einstellen aber das ist dann dementsprechend optional für alle interesse ah ko e k w w w w you So, liebe Freunde, dann zeige ich euch mal ganz kurz, was wir jetzt hier noch dementsprechend einstellen müssen, oder was ich hier eingestellt habe, damit das Ganze wirklich fluffig läuft. Ihr seht schon jetzt hier links unten, der Menü-Button ist schon passend gemacht, das heißt nämlich, es ist der Legion Space-Button, den wir jetzt hier fürs Menü drücken sollten. Bei Einstellung würde ich natürlich nach wie vor empfehlen, dass hier immer noch Akkuladestand, im Prozent euch anzeigen lässt, das ist nicht voreingestellt, ebenso die 24-Stunden-Angabe, das kennen wir dementsprechend. Und natürlich, das war aber bei mir soweit schon vorausgewählt, dass der Entwicklermodus aktiviert war. Den solltet ihr auch auf jeden Fall nochmal aktivieren, bei mir war er schon aktiviert. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, Anzeige ist noch ganz, ganz wichtig. Hier würde ich empfehlen, native Farbtemperatur verwenden, das macht das Ganze wesentlich hübscher. Und vereinigte Verwaltung der Bildrateneinschränkungen aktivieren. Warum? Weshalb? Sehen wir gleich, also das hier aktivieren. So, und jetzt wechseln wir in Decky rüber, in die Plugins dementsprechend einmal. Und da gucken wir erstmal in den Hentered Demon rein. Hier, die TDP-Controlls, die brauchen wir nicht, das machen wir nämlich auf anderen Wege. Wichtiger ist jetzt hier die Lesion-Controller. Und hier empfiehlt es sich, als Emulation-Mode DualSense Edge einzustellen. Ihr könnt auch Xbox nehmen, aber das ganze Gamepad funktioniert am besten mit den ganzen Buttons über den DualSense Edge. Nachteil, Anführungsstrichen, kann sein, dass dann die Spiele halt Playstation-Buttons anzeigen, statt der Xbox-Buttons. Also, bitte drücke dies, drücke das. Das kann dann dementsprechend mal anders dargestellt werden. Finde ich aber nicht so kritisch. So, wir können hier auch noch die LED-Supports machen, dass die LEDs durch die Spiele kontrolliert werden. Habe ich aber deaktiviert. Alles andere, Gyroscope habe ich aktiviert. Hier könntet ihr noch Nintendo-Mode machen, also einen A-B-Swap umschalten. Und, und, und. Und, was ich noch empfehle, ist, Touchpad-Emulation als Virtual einzustellen. Ja, das soweit zu den Einstellungen hier. Guck gerade nochmal, nein, das passt. Das passt soweit. Also, das wäre der Handheld-Demon. Da braucht ihr gar nicht viel mehr einstellen, als jetzt diese Sachen. Dann gehen wir nochmal rein in den Legion-Go-We-Mapper. Und hier ist das Schöne, hier könnt ihr auch die RGB-Kontur ausmachen. Das heißt, die beleuchteten Ringe um die Analog-Sticks, die könnt ihr sogar per Game einstellen. Und auch dementsprechend hier unter verschiedenen Modi einstellen, ebenso wie Helligkeit und Farbdarstellung. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, die Belüftung, also die Lüftersteuerung, Fan-Control zu machen. Ich mache da keine Custom-Fan-Curves. Und, ja, das ist hier nochmal eine ganz nette Geschichte der Legion-Go-We-Mapper. Gerade hier unten, Remap-Buttons, könntet ihr auch noch einstellen. Je nachdem, habe ich bisher aber noch nicht gebraucht. Interessant wird es jetzt noch bei Simple Decky TDP. Auch hier könntet ihr wieder, oh, Spiel was aktivieren. Hier solltet ihr Enable SMT auf On haben. Power Save oder Performance. Ich lasse es auf Power Save. Habe mir jetzt nicht weiter was gebracht. Und Energy Performance, Preference Balance, Performance. Ganz wichtig ist, wie gesagt, im BIOS muss das Ganze bei der Terminal Policy auf Stamp gestellt werden. So, hier könntet ihr jetzt noch den Steam-DDP-Slider, komme ich gleich noch zu, auf den Default-Wert setzen. Und welchen Range soll der Steam-DDP-Slider haben? Ich habe es eingestellt zwischen 5 und 30 Watt. Und dann gucken wir nämlich hier. Das ist nämlich da für den Steam-Hardware-Control. Da kommt drauf, das solltet ihr auf jeden Fall aktivieren. Und dann CPU-Control sollte aktiviert sein. Und Lenovo Custom-TDP-Mode. Das ist halt, damit die Terminal Policy aus dem BIOS greift. Und jetzt nochmal ganz kurz zu Fixed Steam-Hardware-Control. Denn wenn ihr jetzt hier reingeht in die Einstellung, dann könnt ihr nämlich hier rüber, wenn ihr das aktiviert habt, die TDP-Einschränkung machen zwischen den festgelegten Watt-Zahlen. Ähm, ich mache keine. Default ist jetzt hier 15. So. Ähm, ich empfehle euch auch immer nochmal am Anfang bei Spielen immer noch den oberen, das Oberlay zu aktivieren, um zu schauen, ob das Ganze funktioniert. Hier habt ihr jetzt die Bildraten-Beschränkung. Die ist ja vereint, ähm, weil ich jetzt über Capture-Card aufnehme. Das ist natürlich hier nur 60 Hertz angezeigt. Ihr könnt aber, aber im Handheld-Mode habt ihr hier auch maximal 144 Hertz angezeigt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Also wie gesagt, deswegen das dort einmal aktivieren. Ja, und dann gucken wir nochmal in den CSS-Loader rein. Und das ist nämlich jetzt hier das Legion-Go-Theme. Ihr seht unten die Buttons Toggeln, weil, wegen PlayStation 5, ne? Ähm, so. Also Legion-Go-Theme aktiviert. Ähm, ja, wir könnten jetzt hier auch nochmal das machen. Ähm, Replace PS5-Gloves with Xbox. Ja, das kurz zu den Einstellungen auf dem Lenovo Legion-Go. Quick and Dirty. Ähm, es funktioniert alles bestens. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Bezart auf dem Legion-Go. Ja, und dann werfen wir jetzt auch nochmal ganz kurz einen Blick rein. Jetzt habe ich das Asus ROG-Li angeschlossen. Und auch hier empfiehlt es sich definitiv, wie gesagt, native Einstellungen zu wählen. Dementsprechend native Farbtemperatur und vereinigte Verwaltung der Bildrateneinschränkung. Und ansonsten gucken wir jetzt nochmal auch bei Decky rein. Hier brauchen wir eigentlich auch nur den Hentel Demon für den Ally Controller. Das ist auf Xbox eingestellt. Könntet ihr auch theoretisch auf was anderes einstellen. Aber Xbox hat bei mir am besten gelaufen. Ja, und ansonsten, jo, könntet ihr hier noch andere Sachen einstellen und rum experimentieren. Aber die Voreinstellungen passen eigentlich soweit größtenteils. Und auch hier simpel Decky-DDP. Genauso würde ich es handhaben wie bei Lenovo Legion-Go. Ähm, mit dem Minimum und Maximal-DDP. Äh, je nachdem, wie man es gerne hätte. Also schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, es ist genauso fast wie bei Lenovo Legion-Go hier einzustellen. Und zum Abschluss bleibt nur zu sagen, solltet ihr das Ganze als Dual-Boot eingerichtet haben, dann könnt ihr jederzeit wieder auf Windows wechseln, indem ihr ins BIOS geht, dort ins Boot-Menü und Windows dementsprechend auswählt. Ich habe jetzt noch keine Möglichkeit gefunden oder bin nicht die Mühe gemacht, einen Boot-Manager einzubauen. Da ich nur alle paar Tage gegebenenfalls mal zwischen den Betriebssystemen wechsle. Und das Boot-Menü ist ja schnell aufgerufen. So, liebe Freunde, das war so mein Tutorial zu, wer seid, auf Windows-Handels. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das System hat große, große Fortschritte gemacht. Wie gesagt, es funktioniert einfach alles. Sei es die abnehmbaren, ähm, Controller von Lenovo Legion-Go. Auch der FPS-Modus funktioniert einwandfrei. Ähm, ein Traum, wie gesagt. Und schaut es euch einfach an, probiert es einfach mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Und ich hoffe euch, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Wenn ich das ein oder andere vergessen haben sollte, fragt gerne in den Kommentaren nach. Ähm, dann kann ich es vielleicht nochmal im Nachgang so ein bisschen erklären oder in den Kommentarsektionen. Ansonsten auch gerne würde mich interessieren, eure Erfahrungen mit Bezalt unter Windows-Handels. Das wäre echt schön, auch für andere User, weil ich denke, das System hat definitiv als SteamOS-Derivat, kann man es eigentlich so nennen. Ja, manche mögen mich kreuzigen für diese Bezeichnung, aber letzten Endes, es ist SteamOS, es gleicht fast den anderen, wie man so schön sagt. Also, lasst mir eure Erfahrungen wissen und wie das Ganze euch hier gefallen hat. Und lasst natürlich gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich freuen. Und bis dahin sage ich nur, danke fürs Einschalten. Bye-bye, meine Freunde. Und niemals vergessen, once you get a deck, you never go back. Es sei denn, ein Legion Go oder ein Walk Ally mit Bezalt kommt um die Eck. Also, haut rein, meine Freunde. Ja, dann starten wir doch jetzt mal mit der Einrichtung von Bezalt unter den Linusu... 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 Neue Firma gerade erfunden. Ähm...